Halli-Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch mal was anderes mitgebracht. Und zwar einen tollen Stromvertrag, wo man hier wieder von vorne bis hinten beschissen wird. Ja, hört einfach selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem tollen neuen Telefonat. Hallo, schönen guten Tag, der Herr Kühn hier von der MIG. Ich spreche mit dem Herrn Gerald Steiner. Ja, wer ist denn? Ich bin der Herr Kühn, Siegersteiner. Wir haben ihn ja damals versprochen, dass wir uns sofort bei ihm melden. Wenn wir Ihre Energiekosten senken können, da haben wir jetzt das grüne Licht bekommen für Sie. Ich hoffe, warum ist mein Geduld soweit? Ja, die Geschichte mit dem grünen Licht. Als ob. Als ob da irgendwo eine grüne Lampe angeht, wenn man mich anrufen darf. Also erstens darf er mich nicht anrufen, weil ich das nicht genehmigt habe. Ich vermute, das Ganze hier ist über ein Gewinnspiel gekommen, bei dem ich mich eingetragen habe und zum Schluss einfach nur noch angegeben habe, dass ich mich grundsätzlich für Strom interessiere. Da stand aber keine Silbe davon, dass ich dann auch angerufen werde. Vielleicht irgendwo im Kleingedruckten, was aber dann auch wieder nicht legal ist, denn letztendlich muss ich für jeden Anruf ein Double-Opt-in hinterlassen, was ich hier 100% nicht getan habe. Naja, aber dies tue ich dem tollen Mitarbeiter später auch nochmal kund. Aber naja, hört einfach selbst. Und genau das beweist eigentlich hier gleich doppelt zum Anfang des Gesprächs, dass das hier alles Verarsche ist. Denn beim, oder zum 27.06.21 hat der ganze Kanal hier nicht existiert. Und die ersten Gespräche habe ich vielleicht zwei, drei Tage, bevor ich das erste Video hochgeladen habe, aufgenommen und aufgezeichnet. Und seitdem gibt es auch erst die Telefonnummer. Weil, ja, kostet Geld, hatte ich vorher nicht, ist eine extra dafür eingerichtete Telefonnummer, kann man super damit belegen und nachweisen. Ja, und so fällt das Ganze hier eben auch auf. Tja, wenn ihr aber eure Telefonnummer eben schon 100 Jahre verwendet und noch nie eine andere hattet, ja, dann kann er euch dann natürlich jedes Datum erzählen, was er gerne möchte, weil es könnte ja dann theoretisch erstmal sein. Auch wenn er denn immer noch nicht anrufen darf, aber, ja, dann passt zumindest erstmal seine Rechtfertigung. Hier fällt es halt eben auf, da die Telefonnummer extra für diesen Zweck angelegt wurde, um illegale Werbeanrufe zu erhalten. Naja, und so nimmt das Spielchen hier seinen Lauf. Okay, ja, Frau Hundertbein, okay, ja, trotzdem wurde auf jeden Fall ein Tarifcheck gemacht, Herr Steiner, und auf jeden Fall diese Daten angegeben. Und zwar vor knapp drei Monaten, deswegen kann ich Ihnen nur das sagen, was gemacht wurde, Herr Steiner, und ich bin auf jeden Fall deswegen auch nochmal für Sie in der Leitung. Sind Sie denn gerade auch zu Hause? Ja. Oder stößt Sie unterwegs? Nö, ich bin zu Hause. Ist auch immer noch die Braunschweigerstraße 77, ja? Hm. Perfekt. Ist dann der Stromverbrauch bei Ihnen auch gleich geblieben, oder haben Sie dann Whirlpool gegönnt, mehr verbraucht? Ja. Also ist er gleich geblieben, ja? Nee, wir haben ersten Whirlpool eingebaut. Sie haben ersten Whirlpool eingebaut, perfekt. Und dann hat er natürlich auch mehr verbraucht. Was zahlen Sie denn gerade aktuell monatlich? Ich glaube, 170 Euro oder so. Und dann muss ich mal gucken. 170 Euro nur für Strom oder auch für Gas? Nö, nur Strom. Okay, dann schaue ich mal kurz nach. Nutzen Sie denn auch Gas oder war bei Ihnen nur Strom? Nö, ich habe nur Strom. Okay, dann schaue ich natürlich mal sofort nach. Für die Heizung haben wir Fernwärme. Ja, ja, richtig so. Ist auch günstiger. Schaue ich mal kurz nach. Ach. Wärmezentrum. Aber, ja, also ich meine, das sucht man sich ja nicht aus. Aber er tut hier so, als wäre das, ja, ist ja auch günstiger so. Aha. Okay. Tolle Beratung. Wie viel Kilowatt haben Sie denn da jetzt? Warten Sie, sage ich Ihnen sofort, ich muss kurz die Seite öffnen. So, ja, knapp acht. Acht Kilowatt. Äh, 8.008. Acht Kilowatter Steiner. Tja, also das, was er mir da erzählt, passt auf jeden Fall auch wieder vorn und hinten nicht. Denn acht Kilowatt oder 8.000 Kilowatt entsprechen das auch nicht bei dem Preis. Das wären dann 6.000 Kilowatt. Aber irgendwie, hm, weiß ich nicht, was er da für eine Rechnung vor sich hat. Ja, aber er scheint es ja auch wieder schön zu rechnen. Er sagt ja hier auch, da hat er 500 Kilowatt mehr. Passt aber trotzdem alles nicht, was er da so sagt. Ja, nee, das ist ein bisschen viel. Also wir haben, äh, 6.5. Sie haben 6.5? Ja. Und Sie zahlen da für 170 Euro? Ja, so bummelig ungefähr, ja. Okay, warten Sie mal, ich schaue mich mal kurz nach. Nee, 156.94. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. Mit Tienz. Für die Rechnung. Ja, warte, ich schaue mal kurz nach. Okay, und sind Sie auch ganz sicher, dass Sie nur so viel verbraucht haben? Na ja, wie viel ich jetzt verbraucht habe, habe ich noch nicht geguckt. Das machen wir immer so einen Monat vorher und dann wissen wir schon, was kommt. Ja, genau, wird ja von Jahr zu eigentlich wenig verändern, außer es sei denn, man kauft sich wie Sie jetzt in Whirlpool, dann brauchen Sie natürlich mehr. Ja, wie lange haben Sie den schon? Und den Whirlpool haben wir jetzt, um vier Monate erst. Vier Monate, okay, wir werden Sie auf jeden Fall mehr verbrauchen. Und dann gehe ich mal von 500 Kilowatt mehr aus, ja? Mhm. So, das wäre dann für Sie ein monatlicher Abschlag von, noch eine Sekunde, so, 147 Kilowatt. Ja, das kostet das 1.769,78 Euro brutto. Da wird nämlich der Arbeitspreis um 2,24 Cent gesenkt und die Grundgebühren um 3,75 Euro. Obendrauf bekommt natürlich auch nochmal eine Vertragsdau von 24 Monaten, sogar nochmal eine Energiepreisgarantie bis Mitte 2023. Die Konditionen bleiben natürlich auch die Gäldner steinern, also Sie haben keine Vorauszahlungen, keine Kauten, keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren und kriegen sogar obendrauf nochmal eine Vertragslaufzeit abgesichert von ganzen 24 Monaten, sodass Sie die nächsten zwei Jahre auch erstmal wieder die Ruhe haben. Also genau das, was kein Mensch haben möchte. Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Das wird hier verkauft, als wäre es was Tolles. Kann man machen, sollte man aber auf jeden Fall nicht drauf hören. Denn es gibt auf jeden Fall definitiv bessere Verträge als das, was er hier vorschlägt. Aber was will man davon auch erwarten? Denn letztendlich ruft er hier einfach nur von irgendeiner Betrügerfirma an, die unseriösen Strom verkauft. Und da geht es auch in keinster Weise darum, dass man euch billiger machen möchte und den Tarif für euch irgendwie ja kostengünstiger gestalten möchte. Das Einzige, worum es hier letztendlich geht, ist überhaupt einen Tarifwechsel anzustoßen, denn dafür bekommen die Provisionen. Wie viel das sein wird, das weiß ich leider nicht, aber es wird sich ja auf jeden Fall lohnen. Denn sonst würden diese Betrügerfirmen gar nicht erst die Leute einfach so anrufen. Was auch sehr auffällig ist, die rufen hier letztendlich aus einem Gewinnspiel an, was ja auch unterm Strich überhaupt nichts mit Strom zu tun hat. Also daher müssen die auf jeden Fall diese Rufnummer hier haben. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall alles schon wieder zutiefst und absolut höchst unseriös, was hier schon wieder von dem eigentlich zusammengetragen wird am Telefon. Und das verkaufen die euch als ganz, ganz tolles Strompaket. Klingt doch super, oder? Und wie viel kostet das denn im Monat? 147,48 Euro brutto. Aber wie gesagt, ich bin mit 500 Kilowatt mehr ausgegangen, Herr Steiner, weil wichtig ist jetzt auch, dass sie am Jahresende Geld zurückbekommen, weil der Whirlpool frisst auf jeden Fall auch viel. Wenn es jetzt ohne, also mit ihrem Verbrauch einstufen würde, warten Sie, sage ich Ihnen sofort, dann wären das 132,47 Euro. Also ohne die 500 Euro extra. Und das sind denn Vorauszahlungen oder ganz normal? Herr Steiner, um Gottes Willen, Sie haben keine Vorauszahlungen, keine Kautionen, keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren, ist komplett kostenlos für Sie. Für Sie wird sich im Prinzip nichts ändern, was gerade ist, nur der Name auf der Rechnung und dass Sie weniger bezahlen werden. Genau. In Ablauf kennen Sie, Herr Steiner, sind wir damals gewechselt, Sie bekommen das Ganze sowieso erstmal schriftlich von mir. Zu Hause bitte nochmal schwarz-weiß prüfen, vergleichen. Sollen Sie dann schwarz-weiß sehen, wunderbar, ich spare Ihnen gutes Geld ein, verbrauche es ein bisschen höher, habe oben da auch noch eine Preisgarantie bekommen. Helfen Sie es ab, alles weitere ist Kundenservice pur, das heißt, wir kündigen Sie, wir stellen Sie sich selbstmöglich auf den neuen Spartarif um. Sollten Sie aber zu Hause aus irgendwelchen Gründen sagen, nein, sparen möchte ich jetzt doch nicht. Wir haben im Lotto gewonnen. Ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, dann wollen Sie natürlich kein Geld im Sturmpreis, zu sparen, können Sie sich selbstständig nochmal ohne Angaben von Gründern von Abstand nehmen, ja? Natürlich ist das Kundenservice pur, was hier passiert. Also ich würde eher sagen, das ist Abzocke, Beschiss und Betrug, was hier passiert. Ja, aber naja, immer so wie man es gerade auslegt, das ist ja bekannt. Ist ja alles immer nur eine Auslegungssache. Was hier aber definitiv klar ist, dass die nicht euer Bestes wollen und dass die sich eigentlich nur an euch bereichern wollen. Und in vielen Fällen ist es nicht mal unbedingt so, dass man dann auch noch Geld spart, sondern eher noch draufzahlt, wenn man solche Wechsel durchführt. Denn, naja, ich meine, an irgendwas müssen die verdienen und die suchen euch definitiv nicht den günstigsten Vertragspartner raus, sondern den Vertragspartner, an dem die am meisten Provisionen kassieren. Und nichts anderes ist hier der Hintergrund von dem ganzen Gespräch. So, wie heißt der aktuelle Anbieter Steiner? Das habe ich schon zugemacht. Moment. Ja. Wartenfall. Wartenfall, gucken wir mal bitte auf der zweiten Seite. Bein auf der Jahresabrechung, was hier die Stromzähler noch mal drauf, wie benötigt ich einmal? In dieser Verbraucherzabelle, die müssen bei der Wartenfall auf der zweiten Seite sein. Brauchdaten, da wird sowas bestimmt bei sein. Genau. Und wie lang ist die Nummer? Ja, die ist schon, das sind schon ein paar Zahlen, können auch anfangen, so zwei, drei Buchstaben sein. Da müsste meistens die Zähler noch mal bei stehen, also vorstehen, oder Zähler NR. Da habe ich eine, das ist die Zähler und eine komische kleine Eins. Ja. Und dann, hopps, jetzt ist mir die Seite zugefallen. Und dann steht da einfach nur eine Nummer. Dann sagen Sie mal. Ja. Das ist dann die, äh, 6, 4. Äh, aber die 1, gehört die doch mit zu den Zahlen, oder? Nö, das ist so ein, so ein, so ein Hoch 1. Ah, okay, dann sagen Sie mal, äh, 6, 4. Ja, die 6, 4. Dann die, äh, 3, 9. Ja. Dann die, äh, 0, 2. Ja. Und die 4, 4. Und die 4, 4, dann wird das schon die richtige sein. Äh, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Jetzt habe ich eigentlich auch so gut wie alles. Jetzt werde ich nochmal für Sie die wichtigsten Eckpunkte wiederholen. Sie dürfen mich auch gerne unterbrechen, wenn Sie Fragen haben sollten, ja? Mhm. Also Sie haben natürlich keine Vorauszahlungen, Herr Steiner, keine Umstellungskosten, keine Anmeldegebühren. Ist komplett kostenlos für Sie. Kriegen obendrauf eine neue Vertragslaufzeitabliefer beginnt von 9, 24 Monaten. Auch natürlich die Preisgarantie, ähm, kriegen von uns natürlich, äh, den Kundenservice vor. Das bedeutet, wir kündigen Sie, wir stellen Sie auf den Spar-Tarif um. Ihre einzige Aufgabe ist, zu Hause alles zu prüfen, zu vergleichen. Sollte alles zustimmen, einfach nur noch gut abheften, alles Weitere machen. Wir, sollte Ihnen ein Punkt oder Komma nicht gefallen, haben Sie natürlich abbehalten, aber 14 Tage Zeit. Also, äh, viel zu sagen, Widerrufsfrist, das heißt, Sie können ohne Angaben von Gründen davon Abstand nehmen, ja? Mhm. So. Ähm, jetzt Herr Steiner, habe ich noch eine kurze Frage, warten Sie. Ich habe hier die E-Mail, äh, ich brauche eine E-Mail-Adresse von Ihnen, Herr Steiner. Nö, habe ich nicht. Sie haben keine E-Mail? Na doch, aber die nutze ich nicht. Äh, okay, die nutzen Sie nicht. Also, ich wollte alles per e-Poster haben, ja? Mhm. Okay, dann muss ich mal kurz nachschauen. Äh, Ähm, trage ich jetzt erst mal per Post ein, äh, per Post ein. Ähm, ich brauche trotzdem Ihre E-Mail-Adresse, Herr Steiner, weil ich muss in dem Feld was eintragen, sonst kann ich nicht weiterklicken. Ich habe es jetzt per Post eingetragen, Sie bekommen es auch per Post, aber E-Mail muss ich trotzdem eintragen. So, dann lenken Sie sich eine aus. Okay. So, dann geben wir einfach ein, geroldsteiner.gmx.de, ja? Ja. Okay. So. So, dann, ähm, machen wir das eine Sekunde. So, 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 so. Dann habe ich alles, ähm... Logisch, also jedes seriöse Unternehmen arbeitet genauso, dass der Mitarbeiter sich einfach eine E-Mail-Adresse für euch ausdenkt, damit es dann irgendwie weitergeht. Kann man so machen? Ja, würde ich jetzt aber nicht unbedingt machen, wenn ich jetzt ein seriöser Mitarbeiter von so einer tollen Firma wäre. Kurz bitte die Zähler noch mal parat halten. Also, ich habe die Bandaufnahme auch noch mal, ist dann also vorgesehen, ich kann es nicht ändern, Herr Steiner. Ich muss in der Bandaufnahme auch noch mal vorhin in die Zähler noch mal abfragen, deswegen schreiben Sie sich noch mal ganz kurz auf, oder heißen Sie sich kurz bereit. Und ich muss die E-Mail auch noch mal abfragen. Ich frage es mal hier per, ähm, Rechnung ein. Ach, per Rechnung ein, sage ich, per Post ein. Aber die Bandaufnahme muss ich so machen, wie die ist. Fragen Sie sich, warum, Herr Gerold. Dann sagen Sie einfach gerold.steiner.tmx.de, ja? Also, er muss eine Bandaufzeichnung machen, er weiß aber nicht so richtig, warum. Also, ich soll aber dann alles so sagen, wie er das gerne möchte und, äh, ja, muss denn das quasi genauso durchspielen, wie die das von einem verlangen. Hm, okay, und das hält er selbst für seriös. Na, dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Perfekt, dann fange ich sofort an. Wenn Sie was nicht verstanden haben, Herr Steiner, ähm, oder Fragen haben, fragen Sie bitte sofort, ja? Hm, okay. Herr Gerold Steiner, die Turmallaufnahme ist jetzt eingeschaltet. Diese Aufnahme ist für Sie eine Garantie, dass alle Angaben wichtig sind und korrekt verwendet werden. Sollte ich später Fragen zum Vertrag geben, können wir auf diese Aufzeichnung zurückgreifen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, habe ich eingeschaltet. Sind Sie damit auch einverstanden? Ja, natürlich bin ich damit auch einverstanden. Okay. Okay, Herr Gerold Steiner, mein Name ist Steven Kühn. Können Sie die Rufen auf den Display, können unser Weltschein die Anrufe? Ja, das ist eine Handynummer, 0152. Warum rufen Sie mit der Handynummer an? Das ist die Systemnummer, Herr Steiner. Wir haben vom System eine Rufnummer. Sie bekommen gleich sowieso noch meine direkte Durchfalldeutsch und meinen Namen, damit Sie sich auch direkt bei mir melden können und nicht noch in der Leitung oder bei irgendwelchen anderen Kollegen landen, ja? Ja, und die tolle Erklärung, die er hier eigentlich dazu abgibt, die ist nichts anderes als absoluter Bullshit. Denn er darf es trotzdem nicht, also seine Rufnummer spufen. Aber er tut es einfach und ihn interessiert es nicht mal, dass es jetzt in der Aufzeichnung mit drin ist. Also das ist schon eigentlich ziemlich hart, was sie da machen. Weil letztendlich gestehen die ihr, dass die illegal anrufen damit, weil er hat es ja gerade gesagt, ne? Und ich habe die Nummer auch vorgelesen, auch wenn sie hier gekürzt im Video jetzt noch drin war, weil die Telefonnummer, also die Handynummer, naja, man weiß halt immer nicht, wo man denn danach herauskommt, ob sie dann später jemanden gehört und, naja, nicht, dass irgendjemand von den Zuschauern nachher zum Schluss dort anruft. Also nicht, dass ich irgendjemanden unter Verdacht hätte, aber man weiß ja nie, wer so alles dazu hört, ne? Und ob die Betrüger vielleicht auch einfach in unseren Videos hier die Telefonnummern sammeln, weiß man ja nicht, ne? Also es kann ja alles vorkommen, wenn die hier mal zuhören. Naja. So, dann mache ich kurz weiter. Q-Energie ist ein Angebot, da haben wir Q-Sets, gehen wir aus Bitterfeld-Wolfen. Wenn Sie damit einverstanden sind, nenne ich diese weiteren Bespricht noch kurz Q-Energie. Ich habe mal eine Frage, warum existierten Ihre Handynummern nicht, mit der Sie mich anrufen? Das ist eine Systemnummer. Also eine gespoufte. Wie bitte? Eine gespoufte. Was ist das, wenn ich fragen darf? Na, Spoofing ist, wenn man die Rufnummer einfach verändert und dann nicht die anzeigt, mit der man anruft, sondern sich eine ausdenkt. Also das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, wir arbeiten hier mit dem System und die Systemnummer wird uns angezeigt. Wir haben da mit dem System nichts zu tun, die haben wir von unserem Chef bekommen. Also wir telefonieren über das System, wo wir haben jeder eine eigene Rufnummer, wo man sich persönlich drauf melden kann. Können Sie da gerne mal eintragen. 0208? Ja, wissen Sie, wo Sie hier eigentlich anrufen? Ähm, nein. Ich arbeite bei der Verbraucherschutzzentrale und ich habe Ihnen keine Werbeerlaubnis erteilt. Und nur mit einer gespouften Rufnummer anzurufen ist illegal in Deutschland. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also erstmal, Herr Steiner, ich lasse die extra weiterlaufen für Sie. Ja, ich auch. Haben Sie, können Sie gerne machen, Herr Steiner, das ist ja kein Problem. Weil ich bin auf der rechten Seite. Sie haben einen Tarifcheck gemacht. Nö. Haben angeht, dass wir uns telefonisch bellen. Soll ich Ihnen mal noch was sagen? Der Herr Steiner ist ein ausgedachter Charakter für, ja, letztendlich für meinen Job. Naja, er scheint ja nicht mal zu wissen, woher die Daten stammen. Denn bei einem Tarifvergleich habe ich definitiv die Daten nicht eingegeben. Ja, perfekt, wunderbar. Und Sie rufen hier gerade illegal an. Okay, dann eine Sache noch für Sie. Falls Sie nicht der Herr Steiner sind, ist der nicht darfbar. Das ist mir egal, das stelle ich auf YouTube. Kein Problem, das können Sie gerne auf YouTube stellen. Wollen Sie doch mal warten? Schreiben Sie meine Rufnummer auch mal mit auf, ja? Ja, also 020 3007. 3 007. Okay, Sie können auch Gott sei Dank, Sie können froh sein, dass Sie an einem kostenlosen Tarifcheck teilgenommen haben. Weil dann dürft Sie sich jetzt... Soll ich Ihnen mal was sagen? Die Rufnummer, die Sie mir gerade gesagt haben, die existiert auch nicht. Natürlich existiert die. Also Entschuldigung, da müssen Sie mich schon richtig zuhören. Nö, soll ich die Nummer nochmal wiederholen? Die 0208 300. Die Rufnummer existiert sehr wohl. Warten Sie, ich mache mal auf Lautsprecher. Und dann wählen wir mal die Rufnummer ein. Das ist ja nicht das Problem. Diese wählte Rufnummer ist ungültig. Die existiert nicht. Ähm, okay, da haben Sie mir jetzt was gesagt. Warten Sie mal, ich versuche das auch mal von mir. Tja, damit ist er dann wohl scheinbar ein bisschen überfordert. Tja, also wir haben es ja aufgedeckt, ne? Also die Telefonnummern, die er mir hier gibt, also selbst der Kundenservice, der existiert schlichtweg einfach gar nicht. Das wird wohl damit zu tun haben, dass sie nicht erreicht werden wollen, weil sie illegal anrufen oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Naja, aber mehr als Betrüger, Verbrecher und Kriminelle sind das nicht, die hier anrufen auf dieser Leitung. Das ist ja komisch. Das sind jetzt schon drei Beweise, dass Sie ein illegales Callcenter sind. Nein, nein, also... Naja, doch. Um Gottes Willen. Aber Sie wissen schon, dass Sie sich in Deutschland, wenn Sie in einem Betrüger-Callcenter arbeiten, selbst wegen bandenmäßigen Betrugs strafbar machen, ne? Und Sie wissen, dass Sie da gerade komplett unsinnig Quatsch reden? Nee, das... Also wir haben unser Unternehmen hier seit fünf Jahren... Leute, schreibt mal in die Kommentare, was haltet denn ihr von diesen tollen Unternehmen? Den Namen von dem Mitarbeiter habt ihr ja ganz am Anfang gehört. Das können Sie mir auch noch Ihren Namen nennen, bitte? Ja, steht ja da im System. Nee, Sie haben ja gesagt, das ist ein Fake. Also wenn Sie von der Verbrauchstanzahl... Also wie Ihr Name. Dann haben Sie jetzt... Nein, Entschuldigung, von mir aus schicke ich Ihnen jetzt bei WhatsApp ein Foto von meinem Ausweis. Also ich weiß nicht, was Sie gerade haben. Vielleicht sind Sie ja heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nee, ich stehe nicht mit dem falschen Fuß auf. Mein Job ist es, jeden Tag auf YouTube ein neues Video hochzuladen. Und du hast gerade wieder ein neues Material geliefert. Erstmal, Moment mal. Wir haben nicht an einem Tisch gesessen, dass Sie mich duzen können, okay? Sie haben mich zu sitzen. Erstmal das. Zweitens... Betrüger, die sieht sich nicht. Sie haben nicht die Erlaubnis. Ich rufe illegal an. Dann zeig mich an und dann habe ich deine Daten und dann kann ich dich persönlich anzeigen. Schreiben Sie meinen Namen auf. Wir sind... Ich glaube, die Betrüger schreien immer alle am Telefon. Nee, weil so Menschen wie Ihnen... Entschuldigung, also... Aber Entschuldigung, wenn Sie von der Verbrauchstanzahl arbeiten, dürfen Sie sowas gar nicht machen. Das ist mir egal. Ihr arbeitet nicht bei der Verbrauchstanzahl... Ja, es sollen aber alle Menschen sehen, was du für einen scheiß Job machst. Leute betrügen. Doch mal, doch mal. Wer sind Sie, dass Sie mich duzen? Sie haben mich zu sitzen, okay? Jo, du bist ein scheiß Betrüger, männlich. Und genauso verhält sich jeder Betrüger. Das ist immer das gleiche. Immer das gleiche Thema. Na, da ist aber einer sehr von sich überzeugt. Nur, er ruft halt einfach letztendlich illegal an. Wie jeder andere auf dieser Telefonnummer. Niemand hat die Berechtigung, auf dieser Telefonnummer legal anzurufen. Also so gar keiner. Und, äh, naja, sie rufen halt einfach trotzdem an und tun so, als hätten sie die Genehmigung dazu. Naja, und der ist sich ja hier besonders sicher. Ich weiß es nicht, aber so schäbig, wie der hier lacht, weiß der auch garantiert Bescheid, was er für einen Job macht. Das Gute ist, wir sind statt mehrere Minuten in der Leitung, Herr Steiner. Mal gucken, was darauf auf Sie zukommt. Na, das darf man sehen. Mach doch, dann hab ich deine Daten und dann kann ich das Ganze unternimmt verklagen. Ist doch gut. Ja, das ist doch gut. Können Sie gerne machen. Wir bleiben noch ein bisschen länger in der Minute, weil pro Minute gibt es einen guten Weg, damit Sie Bescheid wissen. Ja, das ist nicht schlimm. Wir sind ja schon bei 16,22, können wir auf jeden Fall schon ein eigenes Video draus machen. Müssen wir keine Schnipsel-Party aufladen. Ja, das ist perfekt, doch wunderbar. Ja, und ihr dürft nicht anrufen bei mir. Natürlich dürfen wir. Nein, das Gute ist, wir haben das Gesetz hinter uns, lieber Herr Steiner. Ja, das werden wir sehen. Ja, mein Tarifcheck, das werden wir sehen. Das Gute ist also, dass er das Gesetz auf seiner Seite hat. Naja, irgendwie nicht, denn das Gesetz ist auf jeden Fall für den Verbraucher und nicht für den Verkäufer gemacht. Aber, naja, er ist sich ja ziemlich sicher, dass er hier legal anruft. Nur dem ist halt einfach nicht so. Ah, was habt ihr denn für ein Gesetz hinter euch? Na, wie heißt denn das Gesetz? Um Gottes Willen. Wir das Gesetz, also das, was Sie anscheinend nicht kennen. Entschuldigung. Na, und wie heißt es denn? Sie doch scheinbar auch nicht, oder nicht? Dann sagen Sie mir doch das Gesetz. Das sage ich Ihnen doch gerne jetzt. Das können Sie sich dann selber ausmalen. Sie haben einen Tarifcheck online gemacht. Habe ich nicht. Wir haben die ganzen Daten von einem Tarifcheck. Ja, gekauft. Die Daten sind gekauft, illegal, ja. Auch wenn man, man darf, man kann keine illegalen Daten kaufen. Doch, kann man. Dann würden, dann würden wir... Natürlich, wir rufen jeden Tag 40 Leute an, die mich betrügen wollen am Telefon. Und das ist, die Leitung ist nur genau deswegen eingerichtet. Nur deswegen existiert diese Telefonnummer. Aber wissen Sie, was das Lustige ist? Ich mache das ja nicht erst seit gestern hier. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Schämst du dich überhaupt nicht, vor deiner Familie so einen Job zu machen? Nochmal. Also, ich helfe den Leuten in Deutschland beim Geld sparen. Ihr Geld loszuwerden, nicht Geld zu sparen. Das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Ob Sie vielleicht mal vom Zuckerpasswort oder mit dem Kopf durch die Wand gelaufen sind. Genau so reden die Betrüger. Und so ist anscheinend eigentlich ein Vieh gelaufen bei Ihnen. Nein, nein. So reden Leute wie Sie. Ich glaube, so viel muss man dazu gar nicht mehr sagen. Er verrät sich ja hier die ganze Zeit komplett selbst, dass er eigentlich nichts anderes als ein Betrüger ist. Denn nur die Betrüger, die beleidigen und reden so am Telefon. Tja, aber was will man davon erwarten? Und was soll man davon eigentlich halten? Er verkauft sich hier als seriöser Stromverkäufer und Tarifberater, erzählt mir Geschichten, wo er meine Daten her hat und wo ich sie eingetragen habe. Was ja schon mal gar nicht stimmt. Schon alleine auch mit dem Datum, dass das nicht stimmt. Das steht einfach in seinem komischen Skript drin. Und das war's. Aber recht hat der Typ mit nichts, mit dem, was er da sagt. Ich frage die von der Verbraucher-Schutzzentrale, so nämlich die ganze Zeit husten und sonst was. Wenn sie von der Verbraucher-Schutzzentrale wären, wäre das ganze Gespräch ganz anders abgelaufen. Aber sie sind einfach anscheinend nur auf den Kopf gefallen. Und ich will ihnen, wie gesagt, auch gar nicht helfen beim Geldbund oder sonst was. Für mich ist das Dach hier gegessen. Aber ihre Daten werde ich auf jeden Fall weiterleiten und auch nochmal aufspeichern. Das können sie ja machen. Ja, machen sie auf jeden Fall auch. So, haben sie noch mal irgendwelche Anwünsche liegen? Weil das kriegt man nicht so lange genug, mehr brauche ich von ihnen auch nicht. Ach, ich dachte, es gibt da Geld für pro Minute. Ja, natürlich gibt's das Geld. Gibt's Geld, guck's. Ja, auf YouTube auch. Umso länger das Video ist, umso besser, umso mehr kriegt man Provision von YouTube. Provision heißt das also bei Ihnen, ja? Natürlich, ich verdiene ja mein Geld mit Werbeeinnahmen. Das ist legal. Dein Job ist nicht legal. Mit Werbeeinnahmen? Jo. Mein Job ist nicht legal. Entschuldigung, ich weiß echt nicht, was bei Ihnen sache ist, aber mit so Menschen, mit Ihnen will ich gar nicht weiter kommunizieren. Aber ein Tipp für Sie in der Zukunft. Ist Ihnen das gar nicht peinlich, vor Ihrer Familie so einen Job zu machen? Ist Ihnen das nicht peinlich, so über andere Jobs zu reden? Nee, überhaupt gar nicht, weil die Leute feiern's in den Kommentaren. Also, dann googeln Sie doch mal bitte die MiG24. Also, wir brauchen uns ja da gar nicht weiter drüber unterhalten. Erstmal rufst du mich mit einer Handynummer an. Und die Handynummer ist gar nicht rückrufbar, also gespooft. Dann erzählst du mir eine Kundenservice-Hotline, die gar nicht existiert. Das ist doch kompletter Blödsinn. Entschuldigung, also wie gesagt, ich hab diese Nummer selber bekommen. Ja, und noch nie ausprobiert, ne? Nein, noch nie ausprobiert. Genau, man ruft sich ja auch selbst selber an. Oder rufen sich dann, okay, Ihnen würde ich das zurückkommen, dass Sie mich versuchen, selber anzurufen, so wie Sie die ganze Zeit reden. So, ich hab schon öfters probiert, ob die Leitung hier auch gut funktioniert, ob das mit der Aufzeichnung alles klappt. Das muss man ja auch auspisten, ne? Aber wie gesagt, das sind doch schon mal zwei handfeste Indizien, dass die beiden Telefonnummern nicht funktionieren. Und das beste Indiz ist, dass die Rufnummer hier noch gar nicht so lange existiert, wie das da auf deinem Scheißzettel steht. Moment, Moment. So, eine Sache jetzt, ganz klar. Wenn Sie vom Verbraucherschutzzentrale sind, dann will ich jetzt Ihren Namen haben, damit ich bei der Verbraucherschutzzentrale mal anrufen kann. Das steht doch da im System. Können Sie doch eingeben, die kennen mich dort. Okay, dann bleiben Sie mal kurz dran. Ich rufe jetzt bei der Verbraucherschutzzentrale an. Bleiben Sie mal dran. Alles klar. Jo. Sie werden das Gespräch sogar mitgehen. Verbraucherschutzzentrale NRW. Ja. Sie werden das Gespräch jetzt mitverfolgen. Hab ja nicht gesagt, dass ich in NRW in der Verbraucherschutzzentrale sitze, sondern in Berlin. Oh, echt? Um Gottes Willen. Da haben wir schon wieder so eine dumme, idiotische Aussage. Die Verbraucherschutzzentrale, ob die NRW ist, oder der sitzt in Berlin ist, oder der sitzt in Hamburg ist, das ist eine Zentrale mit mehreren. Jedes Bundesland hat eine eigene. Das ist wie mit der Sparkasse, das ist wie mit jedem anderen Großkonzern. Meine Güte hält der sich für schlau. Natürlich weiß niemand aus einer anderen Verbraucherschutzzentrale von einer anderen Region über die Mitarbeiter von anderen letztendlich Bescheid. Das ist doch komplett logisch. Wie kann man denn tausende und zehntausende Mitarbeiter irgendwie im System haben und kennen? Das ist absolut Blödsinn. Denn jedes Bundesland regelt sein Süppchen alleine. Und so ist es auch bei der Verbraucherschutzzentrale. Tja, aber er denkt ja, er weiß es besser. Als Kunde ja, aber die Mitarbeiter nicht, weil die Mitarbeiter sind nur im jeweiligen Unternehmen registriert. Nein, das ist ja Blödsinn. Entschuldigung, mein bester Freund arbeitet... Na gut, ich habe ja jetzt gesagt, du kannst auf der Berliner Nummer von der Verbraucherschutzzentrale anrufen. Da kannst du meinen Namen erfragen. Okay, aber Entschuldigung, also Sie reden hier so ein Unsinn. Naja, der Unsinn, der kommt ja von dir, weil letztendlich gibst du mir Telefonnummern, die nicht funktionieren. So, und jetzt lässt du mich mal aussprechen. Und dann habe ich dir gleich zu Beginn des Gesprächs erzählt, dass ich die Telefonnummer noch gar nicht so lange habe, wie du es behauptest. Also es ist ja absoluter Quatsch. Also nochmal, also Entschuldigung, ich kann Ihnen nur das sagen, was hier gemacht wurde. Ich habe mir die Mitteilung und diese Nummer wurde angegeben. Ja, es heißt aber noch lange nicht, dass es legal ist, was er da macht. Natürlich, wenn Sie einen Tarifcheck machen... Ich habe ich ja nicht gemacht. Na, dann sag mir die IP-Adresse. Ich kann Ihnen, was für eine IP-Adresse... Ja, über welche IP-Adresse dieser Check gemacht wurde. Dann lässt sich es ja verfolgen. Über welche IP-Adresse dieser... Entschuldigung. Ja, das muss man in Deutschland mitschreiben. Eine IP-Adresse. Ja. Ich kann Ihnen die Kunden-ID gerne durchsetzen. Nee, die ist egal. Es geht ja darum, über wen diese Anmeldung erfolgt ist. Und es ist nicht über mich erfolgt. Ja, genau. Und auf ausdrückliches Verlangen ist er dazu auch verpflichtet, mir das alles zu sagen. Boah, ja, meine Daten erhalte, aber er kann es schlichtweg einfach nicht. Und naja, eine IP-Adresse steht da von euch auch immer mit dabei, über welches Computernetzwerk ihr euch denn eben mit diesem Dienst verbunden habt, währenddessen ihr das bestätigt habt. Das müssen die haben. Denn ansonsten ist das rechtlich nicht sauber, was sie da tun. Weil im Zweifel, wie diesem hier, müssen sie es letztendlich beweisen können, woher die Daten stammen. Und von wem genau. Weil nicht jeder kann einfach die Nummer da eintragen. Also technisch gesehen kann man das ja da leider. Das ist ja das Problem. Es wird halt einfach nicht geprüft, wem die Nummer gehört. Und es wird auch überhaupt nicht geprüft, ob man da anrufen darf. Man ruft halt einfach an und ist der feldenfesten Überzeugung, dass man anrufen darf. Was halt einfach nicht der Fall ist. Okay, aber Sie wissen, was eine IP-Adresse macht. Richtig, eine IP-Adresse ist die Identifikationsnummer vom Router. Das ist die eigene Adresse. Und zwar auch nur für 24 Stunden in Deutschland. Also ich bitte Sie wirklich. Also ich bitte Sie wirklich. Also Sie haben komplett falsches Wissen, falsches Denken. Also alles, was Sie da sagen, ist kompletter Blödsinn. Deswegen wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal viel Erfolg in der Zukunft. Das wünsche ich Ihnen auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass Sie noch weiter so viele Kunden wie mich am Telefon bekommen. Warum? Wie gesagt, ich werde auf Stunde bezahlt. Ich stelle so viele Kunden am Tag um und ich habe so exzente Kundendrückmeldungen. Ja, das ist Quatsch. Bei euch meldet sich kein Kunde zurück. Das ist ja Blödsinn. Man kann euch nicht mal zurückrufen. Tja, und die Kakerlake ist ja echt dabei, auf meinem Wissen rumzureiten. Na, ich glaube, es geht los. Also der sollte sich auf jeden Fall mal ein bisschen weiterbilden, was er da eigentlich für einen Job macht. Weil alles, was er da sagt, ist einfach nur absoluter Quatsch. Aber was will man auch großartig von solchen Leuten erwarten? Denn letztendlich ist er ja ein Betrüger und mehr nicht. Und er versucht sich ja ziemlich schlecht aus der ganzen Geschichte rauszureden. Und vor allem, er hätte exzellente Kundenrückmeldungen. Ja, wie soll denn das gehen, wenn die Rufnummer nicht mal existiert? Also so ein Schwachsinn. Denn die Nummer, die du mir gibst, ist auch nur fake. Das ist doch lächerlich, was ihr da macht. Das ist doch peinlich. Da traust du dich überhaupt noch unter die Augen deiner Familie? Das ist doch widerlich, Menschen am Telefon zu verarschen. Ihr kauft illegal Daten ein und ruft illegal die Leute an. Und dann willst du mir was erzählen von, ihr habt das Gesetz hinter euch? Also du machst dich so lächerlich. Das ist doch peinlich. Ähm, nochmal, Kollege. Ja, Kollege. Du hast mich nicht zu duzen, okay? Das ist mir egal, du bist für mich nichts wert. Du bist für mich genauso... Ach, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, warum ich noch so lange mit ihm in der Leidenschaft bin. Naja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon 23, 30. Ich weiß nicht, dass ich nicht so einen unnötigen Menschen wie ich. Das macht wirklich Spaß, solchen Vollidioten zuzuhören beim Telefonieren, beim Reden. Genau, so hast du ihn auf jeden Fall die Betrüger. Weißt du, du hast ja nicht mal eine Ausrede für das, was du da machst. Das ist ja peinlich, was du da sagst am Telefon. Was hab ich, was hab ich, eine Ausrede für das, was ich mache? Ich mach's seit 8 Jahren, ich hab meine Ausbildung gemacht seit 8 Jahren. Um Gottes Willen, ist das traurig, ist das traurig. Ja, wenn es traurig ist, hätten sie mal in ihr Leben was erreicht, dann müssen... Na ja, hab ich. ...so will schon dummen Sachen um, haben sie nicht. Ja, hab ich doch erreicht. ...wenn ich gar nicht ein einständiger, seriöser Mann wäre. Genau, sagt derjenige, der illegal anruft, mit einer gespufften Rufnummer. Anbögen, die mich nicht duzen und sonst was. Ja, sagt derjenige, der mit einer gespufften Rufnummer anruft. Illegal. Ich weiß doch, wie man gespufft schreibt und reden wir darüber. Gehen Sie mal kurz zurück zur Schule und werden Sie mal ein bisschen wach, ja? Sagt der illegale Typ am Telefon, ja. Der illegale Typ am Telefon. Jo. Nochmal. Ja. Ihr ruft illegal an, da gibt's kein Wenn und Aber. Mir fehlen echt die Worte bei solchen Menschen. Ja, mir fehlen die Worte bei solchen Menschen wie dir. Ja, weil das ist einfach nur für mich bist du Abschaum. Das ist ekelhaft, wie du die Menschen betrügst am Telefon. Es ist widerlich, dein Job. Dein Job ist einfach nur minderwertig. Besser als von Startgeld zu nehmen, Kollege. Ja, mach ich ja nicht. Mach doch mal was Vernünsiges in deinem Leben. Naja, YouTube. Natürlich ist mit widerwärtig und minderwertig nicht der Job-Call-Center-Agent gemeint, sondern das, was er da tut. Also einen absolut betrügerischen Job, wo man Menschen ausnimmt und um ihr Geld bringt. Sodass sie hinterher, wenn's scheiße läuft, noch weniger haben als vorher. Außerdem hängt man in irgendwelchen Knebelverträgen drin, die man gar nicht haben wollte. Davon abgesehen wird man hier auch um seine Zeit belästigt. Selbst wenn man die Gespräche nicht annimmt, das Telefon klingelt. Und das auch völlig unnötig. Um Gottes Willen, ey, sie brauchen echt Hilfe. Ich hab einen sehr, sehr guten Psychologen hier bei uns in NRW. Wenn sie wollen, kann ich ihnen hier mal durchgehen. Ja, musst du erst mal hingehen bei dem Job, ne? Warum, meinst du? Ich helfe Menschen in Deutschland, das Geld beim Geld zu sparen. Nee. Nein, das ist ja nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Es ist ja nicht wahr. Warten Sie mal ganz kurz. Gib mir mal deinen Chef. Warten, mein Chef ist gerade in der Teambesprechung. Ich hab ein Homeoffice. Warten Sie mal. Und deswegen hört man da im Hintergrund Leute, oder was? Genau, ähm, Entschuldigung, wir sind ein Unternehmen. Nein, ihr seid kein Unternehmen, ihr seid Betrüger. Okay, warten Sie. Ja. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Ich sagte, ihr seid Betrüger. Einmal bitte nochmal Ihren Namen vor und Zunahme. Hm, Geroldsteiner. Geroldsteiner, wo sind Sie geboren, Herr Steiner? Hm, am 17.07.92. 92, perfekt. Die ganzen Fake-Daten schon im Kopf, ne? Wie lautet Ihr Anschrift? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. Perfekt. Und diese Rufnummer ist von Ihnen. Können Sie sich bitte noch einmal die Rufnummer wiederholen? Die hab ich nicht im Kopf. Das ist wie alle anderen Fake-Daten. Okay, das ist die Rufnummer, die aber angezeigt wird, ja? Hm. Darf ich diese Daten weiterleiten in Ihren Namen, Herr Steiner? Ja, natürlich. Gerne. Vielen Dank dafür, dass Sie das Gesprächvorte aufgezeigt haben. Damit waren Sie ja auch einverstanden, ja? Ne, damit war ich nicht einverstanden. Okay. Und warum sind Sie damit nicht einverstanden, Herr Steiner? Ich habe gesagt, die Arbeit bei der Verbraucher... Na, weil Sie illegal hier anrufen. Deswegen bin ich damit nicht einverstanden. Okay, also sagen Sie, dass mein Job, was ich hier gerade mache, illegal ist, ja? Richtig, genau. Illegale Telefonwerbung. Also, Herr Steiner, betätigen Sie gerade bei der 24 in den... ... bei dem Herrn Kühlen einen Rufmord. Das machen Sie gerade, ist das richtig? Nein, das mache ich nicht, das sind die Wahrheit. Aber Sie sagen gerade, also ist das für Sie die Wahrheit. Also machen Sie gerade Rufmord, bitte. Das ist nicht für mich die Wahrheit, das ist für alle anderen auch die Wahrheit. Und ich kann es ja sogar belegen. Kein Problem, vielen Dank, Herr Steiner. Ich habe Ihre Daten jetzt aufgenommen, aufgespeichert. Lächerlich. Ich werde jetzt weitergehalten, ich spende jetzt die Aufweichung. Ja, und du bist lächerlich. Dein Job ist lächerlich. Alles, was du da machst, ist lächerlich. Das wird jetzt weitergegeben. Die Rufnummer haben wir ja spätestens da, wird dann alles geklärt. Mit Ihnen will ich weiter kommunizieren. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall nichts Gutes der Welt. Ja, das wünsche ich Ihnen auch nicht. Dankeschön, hoffen wir Spaß wieder. Schalt, Betriebe. Ich würde sagen, hier haben wir wieder richtig gut ins Schwarze getroffen. Was hier wirklich auffallend ist, der Typ hat sich eine ganze Menge Zeit genommen, um hier zu diskutieren. Das ist auch nicht so oft. Also ich glaube, mindestens 10, 15 Minuten ging es ja eigentlich nur noch darum, dass das Ganze hier Betrug ist, was er da macht. Naja, aber wenn er der Meinung ist, das hier verteidigen zu müssen, ist ja einerseits ganz gut, dass er seine Firma verteidigen will. Aber andererseits, wie er es getan hat, hat einfach nichts bewirkt, sondern nur gezeigt, dass das an den Betrugsvorwürfen definitiv was dran ist. Sonst hätte er sich so nicht verhalten. Nur wer Dreck am Stecken hat, der bellt. Tja, und das hat er ja hier zu Genüge getan. Und, ja, ich weiß es nicht. Also, ich kann euch immer nur wieder sagen, lasst die Finger davon, wenn euch einer anruft und euch irgendwas Gutes will. Niemand ruft bei euch zu Hause einfach so an und sagt, hier komm, du kannst Geld sparen. Ich hab was Schönes für dich. Es macht einfach keiner. Sowas passiert auf dieser Welt nicht. Das höchstens Freunde. Und da sind es auch nicht immer die besten Nachrichten, die man am Telefon erhält. Tja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder weitergeholfen und auch gut aufgezeigt, was euch so am Telefon alles passieren kann. Was sich da so für Lümmel rumtreiben, die an eure Kohle wollen. Teilt gerne die Videos auf Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp und was es da sonst noch so alles gibt. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Der hilft dem Kanal auf jeden Fall ein ganzes Stückchen weiter. Wer möchte, kann gerne noch seinen Senf in den Kommentaren abgeben. Ja, und ansonsten noch der kleine Hinweis. Callcenter-Abzocke ist unter dem Namen atccabzocke oder callcenterabzocke auch auf Twitter zu finden. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst bei Twitter. Abonniert gerne den Twitter-Kanal. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.